Ich begrüße dich heute ein ganz kurzer Quick-Tipp. Es geht um die Frage, wie geht dieser große Lichtformer ganz einfach an dieses kleine Blitzgerät, insbesondere ohne die hier freiliegende Blitzröhre zu beschädigen. Zu dieser Blitzgeräteserie von Jinbei gibt es ein eigenes Video auf meinem Kanal, kannst du schauen. Und jetzt geht es um die Frage, wie passt groß gegen klein ganz einfach. Ja, wie manchmal im Leben, die Lösung ist ganz einfach und zwar nicht Lichtformer ans Blitzgerät, sondern Blitzgerät an den Lichtformer anbringen. Du legst deinen großen Lichtformer, wie dieses Striplight, an den Boden, nimmst das Blitzgerät vom Stativ, schaust, wo sind hier die Nuten für die Arretierung, setzt es an und klick, ist das Blitzgerät, ohne dass hier vorne was kaputt gegangen ist, an deinem Lichtformer. Und jetzt kannst du das Ganze natürlich sehr gut anheben und auch wieder auf das Lichtstativ anbringen. Wenn du weitere Videos sehen möchtest zum Thema Fotografie, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, die Glocke anschaltest, dann wirst du informiert, wenn es was Neues gibt. Ich freue mich aufs Wiedersehen, bis bald! Bis bald!